Luis Filipe Madeira Caero Figo El Lui Fiu ist ein ehemaliger portugiesischer Fußballspieler. Er ist Rekordnationalspieler seines Landes, spielte bei international renommierten Vereinen und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. So wurde Figo im Jahr 2000 zu Europas Fußballer des Jahres und 2001 zum Weltfußballer des Jahres gekürt. Bei der EM 2004 im eigenen Land wurde er Vize-Europameister. Figo begann seine Karriere 1989 bei Sporting Lissabon und spielte danach in Spanien sowohl für den FC Barcelona als auch für Real Madrid, mit dem er 2002 die UEFA Champions League gewann. Nach vier Jahren beim italienischen Traditions-Club Inter Mailand beendete Figo im Sommer 2009 seine Karriere. Insgesamt errang er mit seinen Vereinen acht Landesmeisterschaften. Leben Luis Figo wurde als einziges Kind von Antonio Caero Figo und Maria Joana 1972 in Almada geboren. Er wuchs im Arbeiterviertel Cova da Piedade Almada nahe Lissabons auf. Sein erster Verein war der UFC. OS Pastilhas bevor er mit elf Jahren in die Jugendabteilung von Sporting Lissabon eintrat. Als er 17 Jahre alt war, debütierte er für Sporting in der portugiesischen Meisterschaft. Mit knapp 19 Jahren hatte er bereits international Aufmerksamkeit erregt. Im Jahr 1995 wechselte Figo von Sporting Lissabon zum FC Barcelona. In Barcelona wurde er von Johann Cruyff, Bobby Robson und Luis van Gaal trainiert und avancierte zu einem der bekanntesten Fußballer seiner Zeit. Nach der Fußball-Europameisterschaft 2000 in Belgien und den Niederlanden, bei der er zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde, wechselte er für die damalige Rekordsumme von 58,2 Millionen Euro zu Real Madrid. Im Juni 2005 erhielt er von Real Madrid die Freigabe, da er offensichtlich in der Planung von Trainer Wanderlei Luxemburgo keine Rolle mehr spielte, und wechselte zu Inter Mailand. Nach Abschluss der Saison 2006-07 wollte Figo zum saudischen Fußballverein Aul Etihad wechseln, um dort seine Karriere ausklingen zu lassen. Er unterzeichnete bereits einen Vorvertrag für ein Jahr und sollte ab 1. Juli 2007 in Saudi-Arabien spielen. Da es zwischen dem Verein und Figo jedoch zu Problemen kam, wurde der Transfer doch nicht vollzogen. Figo entschied deshalb, eine weitere Saison bei Inter Mailand zu bleiben und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag. Am 4. November 2007 brach sich Luis Figo im Serie A-Spiel gegen Juventus Turin nach einem Foul von Pavel Nettwette mehrfach das rechte Wadenbein. Am 16. Februar 2008 gab Figo im Spiel gegen den Asluono sein Comeback. Nach mehreren Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Roberto Mancini wollte er den Verein ursprünglich am Saisonende verlassen. Als Mancini aber durch Figos Lanzmann Jose Mourinho ersetzt wurde, entschloss er sich, seinen Vertrag in Mailand um ein Jahr zu verlängern. Nach der Saison 2008-09 beendete er seine aktive Spielerkarriere. Seit 2010 ist Figos Scout in Diensten von Inter Mailand. Nationalmannschaft Figo wurde im Jahr 1989 als Mitglied der portugiesischen U16-Nationalmannschaft Dritter bei der U16-Weltmeisterschaft in Schottland. Zwei Jahre später gewann er mit dem U20-Team die Fußball-Weltmeisterschaft der Junioren in Portugal. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in Belgien und den Niederlanden wurde Figo zum besten Spieler des Turniers gewählt. Portugal lieferte eine gute Leistung ab und erreichte das Halbfinale nach vier Siegen in vier Spielen. Im Halbfinale scheiterte man an Weltmeister Frankreich, nachdem man 1 zu 0 in Führung gelegen hatte. Henry hatte ausgeglichen und ein verwandtelter Elfmeter von Zidane sorgte für die Entscheidung. Seine bitterste Niederlage erlebte Figo wohl im Endspiel um die Europameisterschaft 2004 gegen Griechenland. Portugal war als Gruppensieger ins Viertelfinale eingezogen und gelangte über England und die Niederlande ins Finale im eigenen Land. Am 18. August 2004 verkündete er in Madrid seinen vorläufigen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft, feierte aber am 4. Juni 2005 im Qualifikationsspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gegen die Slowakei sein Comeback. Bei der WM in Deutschland 2006 schaffte es Portugal erneut unter die letzten vier. Mit drei Siegen in der Vorrunde war man als Gruppensieger ins Achtelfinale gekommen und besiegte, wie bereits 2004, die Niederlande und England. Erneut wartete Frankreich im Halbfinale und erneut verlor man durch einen von Zidane verwandelten Elfmeter. Am 8. Juli 2006 bestritt Figo bei der 1 zu 3 Niederlage im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft sein letztes Länderspiel für Portugal. Seit September 2010 ist Luis Figo offizieller Unikreditmarkenbotschafter für die UEFA Champions League. Seit 1998 betreibt Figo zusammen mit Paul Urchina eine Bar in Vila Morura, das Café Sete. Im Januar 2015 kündigte er an, für das Amt des FIFA-Präsidenten zu kandidieren. Am 21. Mai 2015 zog er seine Kandidatur aus Empörung über die Realität der Machtstrukturen in der FIFA und die Bevorteiligung Blatters vor der Wahl zurück und erklärte Erfolge als Nationalspieler U16-Europameister, U16-Weltmeisterschafts-Dritter, Junioren-Weltmeister, Vize-Europameister, Weltmeisterschafts-Vierter, 2006, mit seinen Vereinen portugiesischer Pokalsieger. Europa-Pokal der Pokalsieger, spanischer Pokalsieger, spanischer Meister, Champions-League-Sieger, europäischer Supercup-Sieger, Weltpokalsieger, italienischer Pokalsieger, italienischer Pokalsieger, italienischer Meister, persönliche Auszeichnungen Europas Fußballer des Jahres, Weltfußballer des Jahres, Portugals Fußballer des Jahres, bester ausländischer Spieler in der Primär-A-Division, Bester ausländischer Spieler in der Primär-A-Division, Fußball-Europameisterschaft 2000, All-Star-Team, Fußball-Europameisterschaft 2004, All-Star-Team, Fußball-Weltmeisterschaft 2006, All-Star-Team, UEFA Team of the Year, ausgezeichnet mit dem portugiesischen Orden, Orden unserer lieben Frau. Saison-Statistik Sonstiges Luis Figo ist Fan des Automobilsports. Dies machte sich international bemerkbar, als er mit seinem Landsmann und Fußballmanager Carlos Quairos für den A1 Grand Prix ein Rennteam aufstellte, das er leitete. Figo ist seit 2001 mit dem schwedischen Model Helen Sweden verheiratet. Gemeinsam haben die beiden drei Töchter. Am 23. November 2002 wurde er während eines Ligaspiels zwischen seinem damaligen Verein Real Madrid und seinem Ex-Verein FC Barcelona mit einem Schweinekopf beworfen, als er gerade einen Eckball ausführen wollte. Siehe auch. Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen.